Voraussetzung für die saubere Deinstallation von Druckertreibern ist, dass Ihr Rechner über einen Internetzugang verfügt und auf das Brother Solution Center zugreifen kann. Dort finden Sie Ihren benötigten Druckertreiber unter brother.de, Support, Treiber und Downloads. Im Solution Center wählen Sie Ihr Gerätemodell und klicken auf die blau unterlegte Gerätebezeichnung oder betätigen die Enter-Taste. Daraufhin gelangen Sie in den Download-Bereich und klicken auf Downloads anzeigen. Im nächsten Fenster sollte das verwendete Betriebssystem bereits vorausgewählt sein. Falls nicht, treffen Sie Ihre Wahl und bestätigen Sie mit OK. Scrollen Sie nun zum Abschnitt Treiber und wählen den Eintrag Printer Driver Uninstaller aus. Falls im nächsten Fenster Sprache wählen angezeigt wird, wählen Sie Englisch aus. Im nachfolgenden Fenster akzeptieren Sie die EULA und starten den Download. Speichern Sie die Datei und schließen das Fenster. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei mit dem Windows Explorer. Es erscheint ein Hinweisfenster zum Entpacken. Klicken Sie dort auf Unzip und dann OK. Nun wird ein Ordner mit dem Namen dieser Datei erstellt. Wechseln Sie in diesen und klicken Sie auf PtSweep. Im folgenden Pop-up-Fenster Printer Driver Uninstaller klicken Sie auf den Button Run. Zum Abschluss der Deinstallation erscheint ein Fenster, das Sie zum Neustart des Computers auffordert. Klicken Sie auf OK. Nun startet der PC neu. Schalten Sie während des Neustarts, Etikettendrucker oder Beschriftungsgerät aus und beginnen danach mit der Treiberinstallation. Klicken Sie auf den Button Run. Vielen Dank.